Servus! Das was ihr da hinten an der Wand so rumhängen seht, das sind eigentlich nur zwei Blätter, aber es sind zwei ganz besondere Blätter, denn es sind Adventskalender. Bei dem oberen öffnen sich sogar die Türchen. Bei dem oberen handelt es sich um eine super schöne Sache, nämlich organisiert vom Lions Club, der natürlich mit den Einnahmen dieses Kalenders eine gute Sache unterstützt. Der untere ist eigentlich nur ein Stück Papier, aber da steht auch was Schönes drauf, nämlich 24 Weihnachtswunder der Region und wir sind dabei. Seid auch ihr dabei, denn ab heute, ab dem 1. Dezember ist es uns eine Riesenfreude, genau über diese Wunder berichten zu dürfen. Und die wären eben ohne diese zahlreichen Unterstützer aus den Reihen der mitwirkenden Firmen, Omnium, dem Hohenloher Tagblatt und dem Stadtmarketing-Kreisheim nicht möglich gewesen. Denn um über gute Nachrichten berichten zu dürfen, müssen sie erst einmal passieren. Und das sind sie und sie passieren immer noch. Kleine, aber feine, schöne Weihnachtswunder, möglich gemacht durch regionale Unternehmen, die sich hier in der Region und für die Region sowie für die Menschen oder auch für Tiere in Not eingesetzt haben. Ein ganz besonderer Dank gilt auch dir, lieber Elke. Denn ohne dich wäre auch das ein oder andere zusätzliche schöne Weihnachtswunder nicht möglich gewesen. Und natürlich ohne viele zahlreiche Stimmen, teilweise sehr prominenter Menschen, die einfach für eine Sache gesprochen haben, dass es heute wichtig ist und sich lohnt, Gemeinschaft, Solidarität und Geschlossenheit zu zeigen. Eigentlich immer, aber erst recht in dieser Zeit und vor allem, wenn es um Weihnachten geht. Deswegen unseren ganz herzlichen Dank im Namen aller Mitwirkenden und ganz viel Spaß mit den Weihnachtswundern der Region. Ab heute online auf www.omnium.de slash Weihnachtswunder. Schaut mal, was ihr da so findet. Es sind ein paar sehr nette Videos auch dabei.